Ich fahr mit Abich durch den Hamburger Hafen, blau-weiß sind die Farben der Elbrederei. Ob mit Bacassel oder Mississippi-Dampfer, du bist mittendrin und nicht nur dabei. Und abends sitz ich oben hoch am Stinkfang und schau' dem Treiben auf der Elbe zu. Dann denk' ich, wie schön ist unser Hamburger Hafen und Rainer Abicht gehört mit dazu. Mittendrin und nicht nur dabei, das ist das Motto der Elbrederei. Ein Lüchter steht am Ruder und verteilt seine Dünnschitz. Es gibt sie immer noch, die Hamburger Jungs. Früher befuhren sie die Weltenmeere, heute sind Touristen ihr Publikum. Seit 1926 schippert Familie Abich mit den Bacassel durch den Hamburger Hafen. Ich glaub', so was nennt man Tradition. Mittendrin und nicht nur dabei, das ist das Motto der Elbrederei. Bis Blankenese, da gehen die Farben, vorbei an Airbus, den Container-Terminals. Und auf der Rückfahrt siehst du die Skyline, einer der schönsten Städte der Welt. Am Horizont grüßt dich dann der Michel, wie man hier die St. Michaelis Kirche nennt. Ich bin so froh, dass man im Hamburger Hafen unsere Stadt an ihren Kirchen erkennt. Mittendrin und nicht nur dabei, das ist das Motto der Elbrederei. Ein Lüchter steht am Ruder und verteilt seine Dünnschitz. Es gibt sie immer noch, die Hamburger Jungs. Früher befuhren sie die Weltenmeere, heute sind Touristen ihr Publikum. Seit 1926 schippert Familie Abisch mit den Backkassen durch den Hamburger Hafen. Ich glaub, so was nennt man Tradition. Mittendrin und nicht nur dabei, das ist das Motto der Elbrederei. Bis Blankenese, da gehen die Farben, vorbei an Airbus, den Container-Terminals. und auf der Rückfahrt.